In diesem Video möchte ich mal zeigen, welche kreativen Einsatzmöglichkeiten es für Masken in der Videobearbeitung geben kann. Und ich demonstriere jetzt mal diese Anwendung hier im Videoschnittprogramm EDIUS von Grass Valley. Prinzipiell könnte man natürlich solche Anwendungen, wie ich es jetzt hier zeige, mit jedem Programm durchführen, welches Maskenfunktionen besitzt. Teilweise kann man die auch durch Plugins zurüsten, wie zum Beispiel Boris FX oder Boris Red. Aber wie gesagt, hier jetzt mal eine Anwendung mit den Bordmitteln von EDIUS. Besucher der Digitalschnittmesse 2013 in München kennen dieses Demo vielleicht schon, da habe ich das genauso gezeigt. Und zwar habe ich jetzt hier einen Clip, eine Aufnahme mit einer Kamera, mit einer Canon EOS Kamera. Und der Clip ist momentan noch völlig unbearbeitet, also das, was wir hier sehen, ist das Material, so wie es direkt von der Kamera kommt. Und hier möchte ich jetzt mal einen Masken-Effekt anwenden. Den hole ich mir hier bei EDIUS aus den Filtern. Da gibt es hier diesen Masken-Effekt. Der hat ein eigenes Dialogfenster. Das mache ich mal ein bisschen kleiner, damit man es komplett sehen kann. Das ist jetzt hier der Dialog vom Masken-Effekt. Hier gibt es prinzipiell die Möglichkeit, für die Maske Keyframes anzulegen, um die Maske zeitlich zu steuern. Das spare ich mir jetzt mal. Ich möchte jetzt hier mal nur die grundlegende Anwendung zeigen. Wer mehr zum Arbeiten mit Masken in EDIUS wissen möchte, auf unserem Lernkurs EDIUS Aufbau Kurs 1, wird darauf ausführlich eingegangen, inklusive Zeitsteuerung. Aber wie gesagt, jetzt hier mal nur die grundsätzliche Anwendung. Prinzipiell habe ich jetzt hier die Möglichkeit, mir über verschiedene Arten mein Video zu maskieren. Eine Möglichkeit, die ich jetzt hier gleich mal wähle, das ist eigentlich schon eine etwas fortgeschrittenere, und zwar ich möchte einen Pfad zeichnen. Grundsätzlich könnte ich da jetzt wirklich ganz, ganz genau arbeiten und zum Beispiel hier dieses Nashorn ausschneiden und dabei auch Splines anwenden. Also ich kann hier wirklich der Kontur ganz genau folgen. Würde ich das jetzt hier sinnvollerweise machen, müsste ich natürlich reinzoomen. Hier nur mal kurz als Beispiel. Also hier könnte ich mir so einen Bereich ausschneiden. Ich möchte es jetzt für meine Zwecke mal relativ grob machen, um eben nur die grundsätzliche Anwendung zu zeigen. Und zwar mache ich mir eine Maske, die hier einmal diagonal durchs Bild geht. Vielleicht so. Damit habe ich diesen Bereich jetzt ausgewählt. Und in EDIUS ist es relativ einfach, diesem Bereich und alles, was außerhalb dieses Bereiches ist, jetzt irgendwelche Eigenschaften zuzuweisen. Zum Beispiel könnte ich sagen, alles, was in dem Bereich ist, soll weniger deckend sein. Zum Beispiel so. Und in dem Zusammenhang könnte ich auch sagen, der Übergang zwischen dem inneren und dem äußeren Bereich soll über eine weiche Kontur erfolgen. Wir brauchen das später, deswegen mache ich es jetzt schon mal, wo man es deutlich sehen kann. Man sieht also, jetzt entsteht hier so ein weicher Übergang. Man sieht es noch deutlicher, wenn ich mit der Deckkraft hier mal ganz runtergehe. Also hier ist jetzt dieser weiche Saum entstanden, der weiche Übergang zwischen dem inneren und dem äußeren Bereich unserer Maske. Mit der Deckkraft möchte ich jetzt hier nicht arbeiten. Die setze ich mal wieder auf 100%. Stattdessen möchte ich jetzt im inneren Bereich der Maske einen Filter anwenden. Und da gehe ich mal auf Filter auswählen. Jetzt kann ich einen der installierten Filter von EDIUS hier auswählen. Dann nehme ich jetzt mal einen Farbkorrekturfilter, und zwar hier diesen Farbabgleich. Stelle den mal anders ein. Ich mache es jetzt nochmal extrem, damit man sieht, dass hier überhaupt was passiert. Ich könnte jetzt hier den Kontrast extrem anheben. Muss natürlich vorher sagen, ich gehe nochmal kurz raus, dass der Filter auch wirklich angewendet werden soll. Jetzt haben wir hier im linken unteren Bereich unseres Bildes, da wo eben die Maske ist, einen stark erhöhten Kontrast. So stark möchte ich sicherlich nicht, aber ein bisschen möchte ich hier den Kontrast erhöhen. Ich mache es mal trotzdem relativ deutlich mit einer Erhöhung um den Wert 10. Und jetzt betrachte ich mir mal den Bereich außerhalb der Maske, also alles, was hier oben ist, links in unserem Bild, links oben. Auch da möchte ich einen Filter einsetzen, und zwar auch wieder einen Farbkorrekturfilter. Da nehme ich jetzt auch wieder diesen Farbabgleich, ein relativ einfacher Filter für grobe und schnelle Korrekturen. Und da setze ich jetzt einfach mal die Helligkeit ein bisschen rauf. Ich mache es auch mal ein bisschen mehr, als ich es vielleicht machen würde, damit man eben einfach ganz deutlich sieht, wozu ich das gemacht habe und was hier passiert. Ich gehe jetzt mal raus, schaue mir das Ganze mal hier im Bild an. Ich mache es mal ein bisschen größer. Und zwar habe ich jetzt einfach etwas mehr Dynamik ins Bild gebracht, indem ich hier nochmal die Schatten und die hellen Bereiche verstärkt habe. Also die Nashörner werden ja grob gesagt hier von oben angeleuchtet durch den Himmel. Und diesen Bereich habe ich nochmal etwas heller gemacht und gleichzeitig aber den Bereich darunter nochmal etwas dunkler. Also der Schatten wird nochmal etwas dunkler und die Bereiche überhaupt hier im Bild werden nochmal etwas dunkler. Vorher sah es so aus. Damit ist das Bild ein bisschen flacher. Und hier jetzt mit diesem Effekt. Wie gesagt, ich habe es hier jetzt ein bisschen übertrieben, um eben ganz deutlich zu machen, was hier passiert. Was ich eben zeigen wollte, ist, dass man Masken einsetzen kann, um einfach Bildbereiche von der Beleuchtung auch nochmal etwas anders zu gestalten, als das in der ursprünglichen Aufnahme der Fall war. Würde ich das jetzt hier im Video einsetzen, müsste ich je nach Szene die Maske natürlich auch animieren. Das hängt immer jetzt je vom Schnittprogramm ab, ob das möglich ist. Hier in EDIUS ist das bereits mit den Bordmitteln ohne weiteres möglich. In anderen Programmen müsste man dafür eben spezielle Filter verwenden, wie zum Beispiel die Boris Filter, mit denen ich dann natürlich auch solche animierten Masken machen kann. Wer mehr zum Thema Farbkorrektur, Arbeiten mit Masken, Videofiltern und Layouter in EDIUS wissen möchte, dem sei unser EDIUS-Aufbaukurs 1 empfohlen. Also das, was ich jetzt hier gezeigt habe, sind im Prinzip Bestandteile unseres Lernkurses EDIUS-Aufbaukurs 1. Da wird dieses Thema und noch viele weitere Themen, die damit zusammenhängen, sehr ausführlich beschrieben.